Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nun, ihr könnt die Welt nicht retten mit Hals und Hochgericht. Mit des gefangenen Ketten, da hemmt ihr sein Laster nicht. Notabene. 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 Und keine Bibel heilt die Frevel voller Brust Notarwene 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 Herr Gusson Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wollt ihr Genesung bringen der armen Krankenzeit? Lernt selbst vor allen Dingen Recht und Gerechtigkeit Notarwene 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 Notarwene